halt wegen dem WLAN. Ja, aber was machst du denn WLAN? Achso, jetzt die Switch oder den Laptop? Alles. Alles. Na gut, das natürlich. Ja gut, der Weihnachtsbaum kommt morgen weg, dann komme ich wieder an die Position, wo ich sonst... Hatten wir gar nicht. Dann kriege ich, dann habe ich überall wieder Kabel drin, außer in der Switch. Die Switch halt nicht. Ja, die Switch läuft auch über WLAN bei mir. Das ist klar. Ja, du musst ja... Ja, du hast ja auch noch keinen Anwalt verkaufen, ne? Echt? Ja, ja. Wo kommt der ran? An den USB-Port. Da hast du links außen an der Dockingstation noch einen USB-Port. Entweder haust du da rein, oder du haust ihn vor das Ladekabel und versorgst das Ding anders mit Strom. Soll ich das anders mit Strom versorgen? Oh, bei Ethernet, wenn da genug Strom drauf ist, das Ding braucht doch nur 12 Volt. Da kriege ich auch durch ein LAN-Kabel gehustet. Man mag das Ladekabel zwar nicht, wenn das auf Dauer so läuft, aber geht. Ja, schon gut, so wie LAN, das reicht ja auch bei dem Ding. Ja, den hört in den Ennax an. Der Ennax hat die bei je mir eine kaputte Switch gekauft und die läuft jetzt wieder. Hm, ich habe Homebrew drauf gezogen. Läuft auch alles wunderbar. Ich kann jetzt N64 Gamecube spiele. Die Wii hadert sie noch ein bisschen. Da muss ich noch ein bisschen dran rumbasteln, damit sie die flüssig läuft. Aber alles, was so vorm Gamecube war, läuft einwandfrei. Läuft? Ja, das einzige Problem, was ich habe, ich brauche eine größere Speicherkarte für da drin. Momentan habe ich nur die 128-Gig-Speicherkarte drin. Bin am überlegen, ob ich hinten einfach einen großen USB-Stick dran dübel und einfach die Kontakte so umlöte, dass die vorne auf eine Speicherkarte gehen. Das geht ja. Ich habe beides Flash. Dann haue ich den USB-Stick einfach hinten drauf. Muss mir echt einen 3D-Drucker kaufen. Dann ruck ich mir eine Halterung, dass da hinten ein USB-Stick reinklinken kannst. Oben einfach, wo die blöde Speicherkarte reinkommt, beziehungsweise unten dahinter einfach so ein Plastikkabel dran, wie das ganz normales Plastik-Datenkabel. Diese flachen Dinger einfach rein stöpseln, fertig ist. Dann kannst du hinten nämlich einfach USB-Sticks tauschen, wenn du dann einen Adapter drauf hast. Ist doch easy. Ja, gut. Ich habe nicht mal eine Speicherkarte drin. Da ist auch eine Speicherkarte drin, sonst funktioniert das nicht. Wieso? Ich besitze eine Cartridge. Ja, da passt ja nichts drauf. Ich habe genau eine Cartridge drin, das ist Zelda, die bleibt da auch drin. Der Rest ist alles Download-Spiel und meine 128-Gigabyte-Karte ist schon vollgerotzt mit sämtlichem Gedöns, was ich dafür brauche. Okay, ja gut. Ich habe jetzt bis jetzt nur drei Spiele drauf. So, Danski ist da, der Rest trödelt wieder. Ja, ich glaube, wir müssen sowieso... Der Cobra hatte ich, glaube ich, noch nicht. Der kann ja dir nachjoinen. Genau. Das stimmt. Ja, genau, das stimmt. Ja, ja. Das stimmt wieder. Oh, oh, dann kann ich mal hier eben mal wieder ein Dashboard umschreiben hier. Hm, da ist ein Cobra. Jetzt fehlt nur noch das Sushi-Röllchen. Ich bin ja schon da. Kann gar nicht sein. Ich sehe dich hier nicht. Suchvorgang. Ja, bleib doch mal locker. So, ich bin drin. Erst drängeln, komm mal ran hier, komm mal ran, hier, komm mal ran, hier. Dann kommen sie alle nicht aus dem Ärmel. So. Ja, ich bin bereit. Ach, du ahnst es nicht. Zwei Roller und ein Pinsler. Na, das wird ja was. Klar, von einem Rollen hier. Wir werden so abgezogen. Was werden wir? Ich habe auch noch ein Scharfschützengewehr. Abgezogen, ne. Das ist auch nicht besser. Also, ich habe ganz gute Erfahrungen mit dem Pinsel. Für meine Verhältnisse. Der Danski und sein Pinsel. Ja, ja. Er hat einen großen Pinsel. Ja, genau. Der Froschjack ist da, ja. Guten Abend. Willkommen im Stream. Der Spieler hat zweimal gestreamt. Kreatives Genüge gibt es hier, oder? Wieso springe ich da eigentlich runter? Kann man das mal wieder einer verraten? Ne, weiß ich nicht. Das wir beide überrollt werden durch den Scheiß-Klecks-Roller. Ich habe den schon beim Pinsel. Ja. Ja. Jürgen ist ja auch Junge,онов. Das ist ein Untertitelung des ZDF, 2020 Warum ist hier alles lila? Warum ist hier alles lila? Warum ist hier alles lila? Aber 912 zu 1107 ist jetzt nicht so schlimm verkackt. Wollte ich gerade sagen, gibt es Schlimmeres. Ab Level 5 kannst du auch ein Ranked Match zocken, wenn es vorbei ist. Oder wie war das? Nee, 10. Ah, 10. Okay. Warte mal. Ich passe mal an. Ich mache mal. Wie kann man den hier noch anpassen? Achso, da. Klaus, bevor du bestätigst. Ich weiß nicht, ob ich den Pinsel behalten soll. Na, verkackt. Verkackt. Waffe mit Sniper. Ja, ich fand den Pinsel schon gut. Der macht ordentlich. Warte mal, warte mal. Dann mache ich hier. Dann mache ich das so. Trägen auch schon wieder leer. Ich könnte heulen. Sonst. Das T-Shirt könnt ihr momentan nicht wechseln. Ihr habt das Festival-T-Shirt an. Das stimmt. Wie lange geht das denn jetzt? Das Ding? Nur das Wochenende? Das ist ja bis morgen. Morgen ein Uhr oder so, ne? So weit ist es. Finden die keine Gegner für uns, oder was? Nee, die finden keine, die genauso schlecht sind wie wir. Ach, geht das danach? Geht das auch nach Rang irgendwie? Das nennt sich Balancing. Ja, das geht nach deiner Win-to-Kill-Ratio. Das hat nichts mit deinem eigentlichen Level zu tun. Du hast teilweise auch 50er mit in deinem Team. Aber wenn die halt ablosen. Okay. Bringt das Spiel Spaß auf das Switch? Jo, muss sagen, das ist ganz witzig. Vor allem im Team. Es wurden nicht genügend Mitspieler gefunden. Versuche ihn rückwärts zur Lobby erneut. Aha. Ach, jetzt werde ich aus der Lobby gekickt. Das ist ja auch noch was. Aha. Dann dürft ihr jetzt kurz shoppen gehen. Wer shoppen möchte, ich baue ein neues Spiel. Jo. Ja, baue du mal ein neues Spiel, genau. Ich geh mal gucken, ob's da Waffen gibt. Ob's da irgendwas Neues gibt. Bla, bla, bla. Was ist denn nicht mal voll sammeln, muss der Typ? Ja, ja. Ja, ja. Geht doch nicht so viel. Was ist das denn für ein Teil, dieser komische Wagen da? Wie heißt das Ding? Ein Schwapper? Der Eimer. Welche Waffe ist denn gut? Ein Schwabeimer zum Fahren. Da sehe ich den Ennax, der steht da weniger. Ist der Blaster gut? Es kommt drauf an, womit du halt umgehen kannst und mit welchen Spezialfertigkeiten du haben willst. Die komische Airbrush-MG ist nicht schlecht. Ist halt eine MG halt mit Farbe, die Doppelknarre ist ganz nice, der Farbroller ist ganz cool. Das, was dir halt eher liegt. Ich guck mal, ich kaufe mal das hier, ich kaufe mal den Klax-Doppler. Mh, wollte ich mir auch holen. Mh. Was für Waffen halt überhaupt gibt, ne? Ey, wie viel... Nee. Ich muss erstmal hinterkommen, was überhaupt gut ist an Waffen. Und Shirts kann man ja anscheinend jetzt sowieso gerade nicht ändern. Ja. Nee, der Rest geht erst ab Stufe 6. Ne, ich versuche ihn mal da mit der Waffe. Gucken wir mal. Ja, ja, ja. So, ich schieße schon drin. Jo. Dann kommen wir mal. Beigetreten. Ich glaube, diese Doppelknarren sind auch eher so für den offensiven Kampf gedacht, ne? Ja, ja, ja. Einfach draufhalten. Natürlich. Du kannst mit den Doppelknarren auch ausweichen, wenn du nach links... Wenn du quasi zielst, kannst du B drücken und nach links, rechts, vorne, also in jede Richtung rollen. Mhm. Mhm. Okay. Also ist eher so für die schnelle Nummer. Ja. Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Dann ist hier mit der Schrotflinte. Mhm. Mhm. Aber dafür macht dieser... Ich hab jetzt auch die Doppelknarren gekauft und die Schrotflinte. Aber dafür macht dieser Klecksdoppler, glaube ich, nicht so viel Fläche, ne? Wir müssen ja auch gucken, dass wir uns die da vom Hals halten. Rennen kann man hier auch nicht, ne? Nein. Kann man sich noch mal rollen? Du bist nur schneller... B. B? B? B ist springen bei mir. Hä? B ist springen. B ist springen. B ist springen. Hall travail. Hall. B ist springen. Abscia. Abs�� disciple machen. Abscia. Berat Addit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020